Ein Ford Transit Sustum ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Bluetooth, Tempomat und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis